Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich mit meinem Bruder ein Chips Challenge und dann nehmen wir 10 Chips und wir essen die und werden die alle, also man darf die nicht runter schlucken und wenn wir sie im Mund behalten, diese 10 Chips dann haben wir gewonnen. Wenn er jetzt gewinnt, dann darf er für mich eine Strafe aussuchen, die ich dann ja machen muss. Und ja, man darf sie auch zerbrechen oder so machen. Hauptsache man hat 10 im Mund. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, wir fangen jetzt mal an. Okay. Du sagst dann, wir machen zu zweit. Wer dann zuerst fertig ist. Aber nicht alle zusammen. Eins. Können wir dann alle zusammen? Ja, aber du hast alle im Mund. Lass sie ja nicht runter schlucken. Eins, zwei, drei. Und jetzt ab. Wir machen wieder. Aber woher sieht das nicht aus. Mh, mh. Das kommt noch drücken. Halt sie ja nicht ab. Hier. Bei mir. Wer ist denn jetzt? Man hat es 2. Man ist ja, dass es 2. Stopp mal. Musst du was trinken? Ähm, Izzy, warte mal, jetzt sind die Frau Füße gegangen. Echt, Izzy, stopp! Ach, jetzt müssen wir den Mund verhalten. Verhalten. Die ganzen Tricks. Also gar nicht. Ja. Los. Äh, ihr Mundlafen. Die sehen nicht kaum. Hm. 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 Ich habe aber gewonnen. Ähm, ja, also er sitzt jetzt da hinten. Ähm, also er hat jetzt gewonnen und jetzt darf er sich für mich eine, ähm, ähm, Strafe ausdenken oder irgendwas, was er halten möchte. Ja. Was willst du? Komm mal her. Du hattest dich extrem verhändert. Izzy, komm. Dann bist du zum Arzt gegangen. Ja, okay, also, geht mal, hier. Ähm, also hier ist er, ähm, also hier ist er, ähm, und, äh, ja, und jetzt darf er sich eine Sache für mich auch so raus. Da gibt's da drinnen, wo auch Obdarm und Jamie dran ist. Ja, okay, also, geht mal, hier. Also, ich muss gucken, ob in diesen Hefter Tom und Jamie mit Piraten Egal, ob doch Tom und Jerry besuchen mit Piraten oder irgendwas anderes. Komm, komm doch ins Tom und Jerry. Das ist nicht gerade. Oh, das ist der MTK. Der schützt einen Curry-Kind von Kollegen und Kids und Mitbewohnern. Ist er da? Ist er weg? Das ist ein Curry-Kind, genau, mein King. Ähm, also, ich hab's nicht gefunden. Und, ähm... Boah, du! Jetzt darf er sich... Mann! Sie kommen hier. Äh, und, ähm, jetzt darf er sich nur noch eine, äh, neue Sache raus. Und, ähm, ja, also, er hat jetzt eine Sache gefunden, und zwar, ähm, ähm, es kommt... Irgend... Irgend... Ich glaube, ich zum Beispiel Jurassic Park kurz gucke. Ja, also Jurassic Park zum Beispiel. Das ist auch ein Gruselfilm. Und, ähm, mit dem muss ich dann das nächste Mal mitgucken. Und dann machen wir wieder ein Video, wenn ich... Also, wenn wir das... Gucken... Ja. 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 Äh, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn wir was verbessern müssen, schreibt uns in die Kommentare. Ja. Und wenn ihr was anderes habt für eine Challenge für uns. Ja. Oder irgendwelche Beispiele für neue Videos. Äh, oder, ähm, oder, ähm, oder, ähm, Sachen und... So Sachen wie, ähm, Klinikstreiche, äh, Musicals oder sowas. Ja, das mache ich ja echt dran. Ähm, ja, und wir wollten uns nochmal entschuldigen, dass wir jetzt in den ersten drei Wochen jetzt keine, äh, YouTube-Videos gemacht haben, weil wir jetzt im Urlaub waren. Heute gerade eben vor... Zwei Stunden. Und sie gar nach Hause gekommen sind. Und... Ja, jetzt... Sind wir halt zu Hause und deswegen haben wir... keine YouTube-Videos mehr gemacht. Und... Ja. Gebt uns dann einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal. Und wenn sie euch nicht gefallen hat, dann kommt da nach unten. Und... Ja. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüssi. Bye.